Wenn jetzt Licht von der Sonne zur Erde läuft, das müssten wir schon gerade nicht machen. Licht ist gerade. Und wie lange braucht es? Wir haben gegeben V vom Licht ist 300.000 km pro Sekunde. Das wird auch oft mit einem kleinen C angegeben, aber es ist eine Geschwindigkeit. Und ich habe den Abstand, also S ist 150.000.000 km und die Formel, also gesucht ist die Zeit, gesucht T ist gleich V ist S durch T und jetzt mal T und dann mal T, dann weiß ich V T gleich S, jetzt dividiert durch V und dann habe ich T gleich S mal S durch V. So, schauen wir jetzt hier genauer hin. T gleich der Weg durch die Geschwindigkeit. Und jetzt muss ich es einsetzen. Der Weg, 150.000.000 sind 150 und jetzt 6 Nuller oder eben 10 hoch 6 km. Da gibt es im Taschenrechner die Taste X10X. Und wenn man das eingibt, dann muss man nicht die Nuller zählen, dann kann man das so als 10 hoch 6 eingeben. Und unten, da habe ich jetzt diese 300.000 km pro Sekunde. In der Physik macht man gern alles in Metern, aber wenn ich hier oben Kilometer habe und hier Kilometer, dann kürzen die sich weg und ich kriege die Zeit in Sekunden. Und was ich bekomme ist, T ist 500 Sekunden. Das ist jetzt ein bisschen unanschaulich. Das teile ich durch 60 und dann habe ich ungefähr 8 Minuten. Also 8 Minuten dauert es, bis das Licht von der Sonne zur Erde angelangt ist. Würde jemand die Sonne ausknipsen können, hätten wir noch 8 Minuten lang Licht und dann wäre es weg. Aber keine Angst, kann nicht passieren. Und das, was hier so ist, das ist die Aufgabe gewesen. Und bei der Aufgabe B geht es um ein Lichtjahr. Also ich habe jetzt wieder die V ist S durch T. V ist S durch T und S ist gesucht, also mal T. S ist V mal T. Wie viele Kilometer legt das Licht in einem Jahr zurück? Die Geschwindigkeit ist wieder 300.000 km pro Sekunde. Und das Jahr hat 365 Tage. Kann man mit Schaltjahr 2, 4, aber das ist nicht so wichtig. Mal und jetzt, das sind die Tage, ich möchte Sekunden haben. So, dafür brauche ich Platz, um von den Tagen auf Sekunden zu kommen. Also dann habe ich 24 Stunden und 60 Minuten und 60 und dann habe ich Sekunden. Und wenn ich das alles eintippe, bekomme ich, dann sagt der Taschenrechner, 9,47 mal 10 hoch 12 Kilometer. Und das ist viel. Also man sollt wissen, 10 hoch 6 ist die Million, 10 hoch 9, stopp. 10 hoch 9 ist die Milliarde, also 1000 Milliarden Kilometer. Ist ein Lichtjahr. Und der nächste Stern ist so vier Lichtjahr weg. Also es ist schon schön weit. Und das ist schon schön weit.